Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Moses Junior hatte heute wieder Blähungen So ein kleiner Furz wird nicht schade Der Doktor gab mir das hier, aber er nimmt es nicht Moses Was denn? Ist das wahr? Du hast Blähungen? Sollte er das auf einen Zug austrinken? Und bitte vergiss nicht, Junior, nur einen Löffel! Klingt für mich ganz gesund Hast du im Pataugen nichts erwischt? Sieh dir das an! Das bisschen hier bringt uns kaum über Weihnachten Sam Stone! Von wem hast du das? Das hing in der Stadt Jedenfalls gibt es 4000 Dollar für seinen Kopf Das könnten wir so gut gebrauchen Wir brauchten das Schulgeld für Jessica und Zachariah Damit sie in Boston das College besuchen können Und Elizabeth und Sarah wollen Philosophie studieren Mary Lou will das Fotografieren erlernen Ja? Jess und Mark sind jetzt alt genug für den Kindergarten Und der Junior, der sollte Nachhilfeunterricht bekommen Alles, was der wissen muss, ist, wie man reitet und schießt Moses! Es geht um 4000 Dollar Geld, das wir dringend brauchen Sam Stone ist nicht mein Job Weshalb denn nicht? Weil ich das so sage Ist er wirklich so schnell, wie es immer heißt? Das weißt du schon Ich weiß auf jeden Fall, was du weißt Es gibt einen Mann, der viel schneller ist als irgendjemand anders Ja, dein Bruder, Onkel Travis Ich sagte euch doch, Onkel Travis ist tot! Aber wenn er, wie der erwarten, noch leben sollte Können wir beide Partner sein? Partner? Niemals! Na ja, schön Wenn er noch leben würde, vielleicht Aber er ist ja tot Wie starb er denn, Paar? Wie er was? Na, wie er gestorben ist Ja, erzähl mal, wie Onkel Travis totgegangen ist Also, totgehen geht nicht Ja, man stirbt Also, eines Tages Hat Travis sein Glück verlassen Er verliebte sich in ein nettes Mädchen, das einem anderen Mann versprochen war Ein Ringo Also haben sie beschlossen, das per Duell auszutragen Also, sich zu schießen Als die Sonne aufging, lief Travis noch immer verliebt, völlig ahnungslos die Hauptstraße hinunter Aber plötzlich bemerkte er, dass er seine Kanone vergessen hatte Na ja Das machte aber Travis nicht viel aus Er ging noch weiter, unbewaffnet auf seinen Feind zu Mit diesem idiotischen, lächelnden Gesicht Aber Ringo konnte er damit nicht täuschen Er griff Travis an seinen Hals und dann würgte er ihn Er würgte ihn und würgte ihn, bis Travis nicht mehr, nicht mehr unter den Lebenden war Sind die Bohnen endlich fertig? Entschuldigung, Janie, vielen Dank für die Bohnen, die waren echt gut Kinder, das ist euer Onkel Travis Das ist Onkel Travis, der schnellste Schütze der Welt Er lebt ja immer noch Danke Na, sieh dir das an Wir haben gelernt, nie was auf dem Teller zu lassen Er ist kurz vor dir gekommen, wir wollten dich überraschen Er scheint auch gelungen zu sein Wann verschwindet er wieder? Moses, wie kann man denn so etwas zu seinem Bruder sagen? Noch dazu, wo er so lieb war, dir das hier zu bringen? Pa, werden du und Onkel Travis zusammen den Verbrecher fangen? Da Travis wundersamerweise wieder zum Leben erweckt wurde, musst du dein Wort halten Na, Pa hält doch immer sein Wort, Ma Komm, nimm noch etwas, Travis Moses, iss bitte auf Du hast die ganze Zeit rumgemeckert, dass du nichts zu essen hast Nun iss bitte Ihr beiden habt bestimmt viel zu bereden, ne? Äh, darf ich noch? So Du, warum trinken die denn die Uhr? Weiß nicht Na, vielleicht um die Löffel zu schulen Na, vielleicht um die Löffel zu schulen dass du Nachdenken Vamos Wann Wir